Also hier oben, wo ich stehe, ist ein Tarotkarte. Da will ich einen abhauen, glaube ich. So, der wäre schon. Ich weiß nicht, wo er hingelaufen ist. Ich habe gerade mal nicht aufgepasst. Ja, cool, da ist er nicht. Kopfgeld jagt vorbei. Die Zielperson ist entkommen. Na ja. Ihr habt sie entkommen lassen. Hallo? Ich stand da oben irgendwo in der Ecke. Aber falls ihr eine Tarotkarte haben wollt... Ja, ich gehe gerade heute schon von... Was hast du denn? Ist die Entkommen? Ja. Hier oben, hier um die Treppe. Der Tarotkarte ist wichtiger. Geil. Ne, das ist Priorität. Jo, ich dann mal die Tage, da mache ich ein extra Video. Okay. So, ihr Leute, hallo? Rein zufällig. Ich mache gerade ein, ne? Das ist zwar scheiß Video, aber... Hier gibt es eine Tarotkarte. König der Kelche. Hm. Gehen wir auf die... Ah, Entschuldigung, da haben wir jetzt mal Clubfang-Aufstieg. Acht. Acht. So, und jetzt... Also hier. Bei Sankt Denise. Auf der Treppe. Fände da die Kart. Geil. Hat sich schon gelohnt. Die Amphiartchen. Super. Ja. Was heißt Jau. Acht. Wir wollen eben zufällig mitikum.